Einen schönen guten Abend nach Markt Hartmannsdorf in den großen Saal des Dorfhofes, wo Sie heute Abend versammelt sind, um einen Preis entgegenzunehmen. Es freut mich sehr, dass unsere freien Mitarbeiter, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter von Kulturmarkt Hartmannsdorf heute da sind und geehrt werden durch den Innovationspreis des Vulkanlandes in der Kategorie Lebenskraft. Es ist eine besondere Ehre für uns, also ich sage jetzt auch für meine Frau und für mich, die wir 2010 die Idee hatten, einen Literaturwettbewerb für das Vulkanland ins Leben zu rufen und unter dem klingenden Namen Wortschatz wird dieser Literaturwettbewerb alle zwei Jahre abgehalten. Viermal haben wir das bis jetzt gemacht, also acht Jahre haben wir hinter uns und wir sind wirklich sehr stolz und glücklich, dass dieser Literaturwettbewerb so erfolgreich ist bisher. Und ein Ausdruck des Erfolges ist heute Abend zu feiern, nämlich die Tatsache, dass uns dieser wunderbare Preis verliehen wird. Leider ist Professor Werner Sohnleitner, unser Sonny im Krankenbett zu Hause, liegt mit einer schweren Grippe da nieder und ich auch, ich bin leider auch unabkömmlich heute, aber ich hoffe, dass es dem Raimund Ulz gelingen wird, dieses kleine Video da im Saal abzuspielen. Also wie gesagt, mein Dank gilt allen Beteiligten und allen ehrenamtlichen Mitgliedern und alle, die ehrenamtlich da mitarbeiten, sind heute mitgeehrt in diesem Preis. Und ich hoffe sehr, dass es auch eine Motivation und einen Impuls gibt für die weitere ehrenamtliche Arbeit. Ich glaube aber auch, dass alle Beteiligten, alle, die ihre Texte eingesandt haben, das sind mittlerweile um die 500, in gewisser Weise heute auch mitgeehrt sind. Und ich hoffe, dass die das auch so empfinden. Jetzt muss ich nochmal sehen, damit ich niemanden vergesse. In jedem Fall der Gemeinderat und unser Bürgermeister, Herr Hiebaum, ist in jedem Fall zu bedanken von uns, denn die Gemeinde hat uns sehr, sehr unterstützt und sowohl ideell, praktisch als auch finanziell. Ich danke auch dem Obmann des Vulkanlandes, Herrn Josef Ober, sowie den Vorständen, Landtagsabgeordneter Franz Vatek und Anton Gangl. Und natürlich ganz herzlicher Dank an die Jury, die uns ja überhaupt ausgewählt hat. Ich weiß noch nicht. Es gibt, glaube ich, einen ersten, zweiten und dritten Preis. Aber, also, ich bin in letzter Zeit sehr verwöhnt worden mit Preisen und ich hatte immer Glück. Und ich hoffe, dass wir heute Abend auch Glück haben. Und, ja, einen der drei kriegen wir. Vielleicht ist es ja der erste. Lieber Raimund Uelz, ich hoffe, dass das jetzt klappt mit dem Video. Und, ja, ich möchte mich immer mit meiner Frau und in meinem Namen bei allen Initiatoren und Helfern, bei allen Autoren ganz herzlich bedanken. Und ich wünsche Ihnen heute Abend einen netten und geselligen Abend. Danke.